Leute, ich habe mich letztens gefragt, was Barbie in meinem Shop bestellen würde und das zeige ich euch jetzt. Sie würde sich mit Sicherheit diese süßen Blümchen-Kornflecks raussuchen, denn die färben die Milch pink. Sie würde sich bestimmt für eine Kalypso Triple Melon in Pink entscheiden. Natürlich für eine Fanta Peach aus China, für Warhead Sour Watermelon Soda, Mike and Ike Tropical Typhoon, für die Sweethearts Robes Watermelon Berry, Nerds Gummy Clusters dürfen nicht fehlen, sowie eine Nerds Robe, Pocky Strawberry, Hello Panda Strawberry, die Sweethearts würden farblich mega passen, natürlich Twizzlers Pullen Peel Cherry, die Carbonara Rahmen dürften auch nicht fehlen, Sour Punch Bite Strawberry, Kool-Aid Strawberry und Pink Lemonade, Now and Later Watermelon, Puku Puku Strawberry, sie würde sich bestimmt für einen pinken Snowball entscheiden, für einen Jolly Ranger Lolli, für ein Warhead Sour Spray, Crazy Dip Strawberry, ein rosanes, gefriergetrocknetes Laffy Taffy und Strawberry Kiss und diese Tüte mit ganz vielen Herzenblümchen, noch mehr Herzen und Lippen dürfte auch nicht fehlen. Unter allen Bestellungen, die heute reinkommen, suche ich mir eine Bestellung aus, die diese Tüte kostenlos dazu bekommt.